Also nochmal auf ein neues Walzfetz. Zum Glück ist das jetzt schon eine Ecke weit weg, da springen glaube ich dann nicht mehr ganz so viele hin. Hoffe ich. Und hoffentlich Schneemando-Anzüge, Alter. Sonst dreh ich hier durch. Da kommen schon wieder Birnen mitgeflogen. Hmm. Hmm. Oh. 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 Schneemann, du! Wie ist denn das die Möglichkeit? Alter, Zausel! Entschuldigung, ich weiß nicht. Du findest ums Verrecken keine. Da steht er. Jetzt ist er auf 180. Keine Schneemann, du Anzüger. Wie soll ich das machen? Wie soll ich die Quest machen, wenn ich keine Schneemann-Toranzüge finde? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Hoffnung keimt auf und Enttäuschung ist groß. Das Leben ist ein Jammertal. Noch mal ein letzter zarter Blick. Ne, aber wann überall? Gibt einfach keiner. Ach ne, die Zone kommt doch schon. Ach, das ist doch alles Käse. Alles Blödsinn! Wann muss ich aus? Wann welche Typen? Äh? Wo denn? Ist doch noch verarscht. Ja, geht rauf in der Zone, Junge. Äh, im Sturm. Nein, bleib hier! Nein, bleib hier! Ich brauch dich noch! Ich brauch dich noch! Ich brauch dich noch! Da brauch nichts mehr. Da brauche ich auch nichts mehr. Schneemando. Für Schneemando. Ich riskiere alles für Schneemando Anzüge. Dann nimmst du... Aber nimmst du mal das? Wieso nimm das nicht, Alter? Hallo? Jetzt. Eieieieiei. Voller Hass nach Hazy Hill seid, Junge. Kein Schneemando-Kostüm gefunden. Dafür werdet ihr alle sterben. Für die Serie ist das eine Ratschmögliche. Wie ist das? Was ist das, also ich nicht? Werde mich? Sch Northeast? what ist das vor einem Zeug? Ich bin da nicht. So ist das. Ich sag's doch, ich bin voller Hass. Was treibt mich zu sowas? Vermaß zerfressener Pritzelpacker. Große Kisten für Arsche. Munition raus. Wir brauchen noch ein Auto. Das ist festgefahren, das krieg ich ja nicht mal raus, oder? Ach, da ist ja noch eins. Um die Arbeit. Aus dem Weg. Schick. Schild, Schild, Trank, ne? Ui, 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 mein Auto. Mein getreues Auto. Wo habe ich es geparkt? Hier. Parkside. Zieh durch. Es versinkt fast. Oh, hier Schildi. Da vorne ist noch ein Sniper. Nein, ich wollte meine Medizin. Oh, hier. Eh. Eine arme Seele am Hauptbahnhof. Oh, hier wurde aber gemetzelt. Lassen wir sehen, was es hier schönes gibt. Nehmen wir erstmal. Der Sniper ist nicht dabei. Geht soweit. Verkehrt. Halt, nicht runterrollen. Hier ist Schild. Hier ist, hier ist, hier ist, alter Schneemando dran. Alter, ich raste aus. Jetzt ist die da. Jetzt ist die da. Oh, Muppet, Muppet. Wo ist denn der Gelbe hin? Wie viel Sprit hat das Auto noch? Ich glaube, mit dem Moped sind wir schneller und wendiger. Oh, und das verbraucht auch nicht so viel Sprit. Wir kommen ja in jede kleine Ecke rein. Wir sind noch in der Zone hier. Wir sind noch in der Zone hier. Wir sind noch in der Zone hier. Wir müssen noch in der Zone hier. Der ist schon mal weg. Der frisst erstmal kein Brot. Wir brauchen eine Anhöhe. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Das mit der Zone ist schon ein bisschen nervig. Ich bin ein bisschen mehr sicher. Na, es war der letzte Überlebende. Na ja, easy. Zünden wir ein Kerzchenlein an. Na ja, wunderbar. Geh ich mal zurück zur Lobby.